Ich bin Manuela Starkmann. Hochsensibilität ist ein so wunderschönes Thema. Und gleichzeitig weiß ich aus eigener Erfahrung und der meiner Kunden, dass es nicht immer nur die reine Freude ist. Ich habe mich auf Hochsensibilität spezialisiert und widme diesen Podcast dieser wundervollen Gabe. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Liebe Deine Klarheit. Ich möchte dir in diesem Podcast kurz einen klaren Umriss geben über Hochsensibilität. Und zwar über fünf Tipps, die du unfassbar einfach und schnell umsetzen kannst und die dir auf wundervolle Weise helfen, Hochsensibilität zu verstehen und als hochsensibler Mensch leichter zu leben. Alles, was ich dir hier sage, ist sozusagen von mir und auch meinen Kunden getestet. Mach es dir aber bitte nicht so schwer. Es sind fünf Tipps und Nebentipps und Subtext. Ich weiß, dass hochsensible Menschen dazu neigen, etwas sofort, alles und perfekt machen zu wollen. Das heißt, hör dir den Podcast an und nimm dir vielleicht einfach einen, maximal zwei Impulse oder einen der fünf Tipps, wo du sagst, das mache ich jetzt mal in der nächsten Zeit. Also gegebenenfalls ist das schon der sechste Tipp. Hochsensibel zu sein empfinde ich, du, da gibt es eine Zeitenwende. Als ich nicht wusste, dass ich hochsensibel bin, fand ich es eher nicht so schön. Ich war halt irgendwie anders. Ich habe die Welt mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich war mit meinen Sinnen einfach schnell überfordert, reizüberfordert, weil ich halt gerade zum Beispiel als hellfühliger Mensch so viel wahrnehme, was bei den Menschen gerade los ist. Zum Beispiel wirst du auch kennen, man fragt jemand, wie geht es dir, der sagt gut oder passt schon und du spürst ganz genau, dass es nicht wahr, da ist noch mehr. Aber wir sind ja alle höflich erzogen und dann scheint eben die gesellschaftlich anerkannte Antwort auf die Frage, wie man sich fühlt, gut zu sein. Es kann auch bis dahin gehen, dass du spürst, dass du angelogen wirst. Bei mir war es tatsächlich viel die Hellfühligkeit. Ich höre von den Sinnen zum Beispiel sehr gut, da bin ich auch überfordert. Kennst du gegebenenfalls auch, das Martinshorn fährt an einem Auto hängend, egal an welchem, an dir vorbei und du hast das Gefühl, du hörst es bis zum Knochenmark runter. Es ist einfach zu viel. Und weißt du, kommen dann verschiedene Aspekte mit Fühlen und die anderen Sinne, je nachdem, was da bei dir besonders ausgeprägt ist, zusammen, also vielleicht riechen und hören und du fühlst, in dem Raum stimmt was nicht. Dann kann es zu viel sein. Als kurzer Umriss weiß man nicht, dass das schon Hochsensibilität ist. Kann es dir so gehen wie mir? Ich habe mich irgendwie halt immer anders gefühlt. Auch zum Beispiel mein Aspekt, immer die Wahrheit zu sagen und den hohen Gerechtigkeitssinn, den ich habe. Da ecke ich halt in einer Ellenbogengesellschaft einfach an. Das wird schwierig. Menschen wollen die Wahrheit nicht hören. Brauche ich jetzt noch mit bald 54 Jahren immer noch, dass ich nachvollziehen darf, Menschen wollen die Wahrheit gar nicht und ich helfe ihnen auch nicht, wenn ich ihnen die Wahrheit helfe zu sehen, sondern manchmal ist es ihr Schutz, sich von der Wahrheit abzuwenden. Damit meine ich die im eigenen Leben. Übrigens vielleicht jetzt schon siebter Tipp. Also für mich wurde Hochsensibilität ab dem Moment schön, wo ich erkannt habe, was es für eine Gabe ist. Wie unfassbar hilfreich das ist, was ich vorher als Überforderung, als Reizüberflutung empfunden habe, weil ich gemerkt habe, wow, das hilft mir ja. Es ist ja eigentlich schön oder hilfreich zu wissen, ich werde gerade angelogen. Es ist hilfreich, auch wenn es hin und wieder nervig ist oder zu sehr lustigen Gegebenheiten führt. Der Profi in der Familie zu sein für Riech mal, ist das noch gut? Riech, kennst du vielleicht auch. Ich bin der, der immer die Nase mit dem Joghurt oder dem Glas unter der Nase hat, um zu testen, kann man das noch essen? Es kommen auf einmal, weißt du, viele lustige Gegebenheiten, weil die Sichtweise sich auch darauf ändert. Achter Tipp. Also, lass uns einfach mal schauen, was du tun kannst, als hochsensibler Mensch, damit du mit, ja, das, was dich in dieser Welt halt so stresst und damit auch mit der Welt besser klarzukommen. Was kannst du tun oder auch eben unterlassen, damit es für dich leichter wird, mit deiner Gabe zu leben und, das wäre ein Traum für mich, sogar sagen, es ist jetzt eine Gabe für mich. Vielleicht ist es das ja für dich schon. Aber ich habe viele Kunden, die sagen, Hochsensibilität, Segen oder Fluch ist ein Fluch. Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, als ich es noch nicht wusste, hätte ich es auch eher als nicht so praktisch empfunden. Aber als sozusagen das Ding einen Namen hatte und eine Erklärung, konnte ich damit einfach etwas anfangen und es in die richtige Richtung bringen, auch zu mir bringen, neunter Tipp, weil ich gemerkt habe, das ist nichts, was lästig ist oder eben wie Kunden dann später sagten, ein Fluch, sondern es ist eine Gabe, es ist ein Talent. Es hilft, ich möchte sogar mal sagen, der Welt, vor der du dich gegebenenfalls bis jetzt eher schützen würdest. Darum habe ich es auch so als Titel gewählt. Also was sind meine ganz persönlichen fünf Tipps? Ich glaube, dass es für hochsensible Menschen wichtig ist, eben aus dem Perfektdrang auch, um sich vor Stress und eben damit Reizüberflutung zu schützen, extrem wichtig ist, Zeiten zu haben, Zeiten für etwas. Also ich zum Beispiel, ich stehe lieber früher auf und ich stehe gar nicht gern früher auf, aber ich habe meine Zeiten, also sowohl Uhrzeiten als auch Dauer, um zum Beispiel morgens in den Tag reinzukommen, wenn ich vormittags schon einen Termin habe. Ich weiß, dass es mir und meinem Stresslevel sehr hilft, diese Zeiten zu haben, diesen zeitlichen Puffer oder auch bezüglich zeitlichen Puffer, wenn ich, ich erstelle gerade neu einen Videokurs über Hochsensibilität, wenn ich mir zum Beispiel auch zeitliche Begrenzungen gebe, gerade weil ich es ja so gerne perfekt haben möchte, auch wenn ich schon längst verstanden habe, dass ich zum Beispiel hierbleibend einen Videokurs über Hochsensibilität nie perfekt machen kann, weil wenn ich den perfekt machen würde, würde er fünf Jahre dauern. Also ich muss mich ja thematisch zum Beispiel begrenzen. Was ist da sinnvoll? Und da darf ich mich einfach auch zeitlich begrenzen. Wie lange darf den Drehplan erstellen dauern? Wie lange, wenn du eine Arbeit hast, eine Aufgabe in deiner Arbeit so rum, wie lange darf die dauern? Und weil der Perfektantreiber in dir wahrscheinlich gar kein zeitliches Limit hat. Aber du hast ja auch noch andere Aufgaben. Und ich weiß, dass dieses 170% Geben von anderen gar nicht gesehen, geschweige denn anerkannt, geschweige denn gedankt wird und du dann eventuell enttäuscht bist. Also Zeiten für etwas und auch eine zeitliche Begrenzung. Tipp 2 Es ist wichtig, dass du mit dir sein kannst. Das ist auch der Aspekt Selbstliebe, Selbstwertgefühl. Und es ist wichtig, dass du mit dir alleine sein kannst. Du wirst durch nichts deine innere Schwingung wieder klar bekommen, wie durch alleine sein. Ich liebe meinen Mann und ich liebe unseren Kater. Aber ich weiß manchmal, gerade wenn ich im Kontakt mit Menschen war, einkaufen, viele fremde Menschen, viele Energien, da tut es mir erst mal gut, mich irgendwie alleine hinzusetzen. Oder auch zum Beispiel alleine dann die Einkäufe auszupacken. Oder alleine, vielleicht kennst du das, ich zum Beispiel mag Fenster putzen, gar nicht. Aber es gibt doch so Aufgaben, wo die Hände irgendwas machen. Also das heißt nämlich nicht alleine sein, heißt immer setz dich auf den Stein und meditiere. Weil das stößt ganz viele Menschen ab und sagen dann, nee, das kann ich nicht, will ich nicht. Den Tipp gebe ich dir gar nicht. Meditieren ist toll. Es kann aber auch sein, dass es hilfreich ist, dass du eine Handlung hast. Dass du etwas tust in diesem mit dir alleine sein. Aber weißt du, es ist zweigeteilt. Deine Hände packen was aus oder putzen Fenster. Oder weißt der Geier, du wirst schon was finden. Und deine Schwingungen, deine Gedanken, die können sich wieder beruhigen. Und natürlich kannst du nebenbei einen Podcast von mir hören oder eine schöne, ruhige CD mit Klängen oder Meditationsmusik. Kannst du übrigens auch bei YouTube eingeben. Ich höre zur Zeit total gerne eine Handpan. Das beruhigt mich. Es ist einfach wichtig, dass du mit dir sein kannst. Tipp 3 ist Verständnis für andere haben. Und wie alles, was ich dir sage, es ist immer eine Gratwanderung. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und es ist dein Job. Dein ganz persönlicher Job. Nicht meine Verantwortung. Dein Job, den Mittelweg zu finden. Weißt du, wir neigen dazu, eher zu viel Verständnis für andere zu haben. Dennoch wollte ich nicht auf diesen Punkt verzichten. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass andere Menschen anders ticken als wir. Es ist wichtig, dass wir es nicht bewerten, wenn sie in unserer feinfühligen Art grob sind. Und ich muss gestehen, ich empfinde die Menschen in den letzten drei Jahren grober als jemals zuvor. Was ich auch wieder verstehen kann, weil sie hatten Angst, sie sind isoliert worden, jetzt haben sie eine Wut, immer noch Angst. Und es gibt so viel Sorgen und Probleme in der Gegenwart und vor der Zukunft. Ja, ich kann es verstehen. Aber weißt du, es ist auch wichtig, dass du einen Knick hast hier in diesem Verständnis. Großes Geheimnis. Hab auch Verständnis für dich. Und da kommt schon Tipp 4 dran. Klar Stopp sagen. Weißt du, ich habe früher mit der Hellfühligkeit, der Feinfühligkeit, der Hochsensibilität und natürlich der Hochsensibilität immer gewusst, wie sich jemand anders fühlt, habe es aber nicht, wie sage ich es denn, perfektioniert ist jetzt das falsche Wort. Ich konnte es nicht bewusst anwenden, weil ich ja davon gar nicht wusste. Ich war einfach so. Es ist viel besser zu lernen und zu üben und dann auch zu wissen, was ist was. Was ist der Unterschied von zum Beispiel Sensitivität und Medialität. Das ist halt nun mal ein großer Unterschied. Und wenn man dann bewusst an die Dinger einen Namen hängen kann und eine Erklärung, auch ganz rational, hilft dir das, die jeweilige Gabe bewusst leben zu können. Weißt du, es geht ja um, da gibt es auch vier Stufen mit Kompetenz und Inkompetenz. Und bewusst und unbewusst, wie der Mensch lernt. Wenn es dich interessiert, gib einfach mal die vier Stufen der bewussten Kompetenz ein Irgendwie oder Inkompetenz oder Unbewusst. Da wirst du vier coole Stufen finden, die ich dir jetzt gerne vorenthalte, weil ich immer ein Fan davon bin, dass wenn einen was wirklich interessiert, dass man dann auch selber dafür was tut. Und das passt perfekt dazu, dass man, wenn man Hochsensibilität, Sensitivität, Medialität nicht kennt oder nicht auseinanderhalten kann, dann wird es oft schwierig. Das ist ja das, was ich im Guiding den Menschen zeige oder wenn ich eben mal ein Webinar oder ein Event gebe, dass Menschen die Unterschiede erkennen und dann natürlich auch darin üben mit Teilnehmern und danach einen Austausch haben. Das war für mich immer das Highlight. Das mache ich immer noch. Ich bin für über ein Jahr in einem Mentorship-Kurs über Healing bei meinem wundervollen Lehrer Steven Levitt. Und ich bin nach wie vor bei meinem wundervollen schottischen Medium-Lehrer Gordon Smith, um für Medialität zu üben. Es ist ein permanentes Üben. Das bedeutet, in dem Moment, wo du deine Gaben besser kennst, kannst du zum Beispiel sagen, ich habe Verständnis für den anderen. Ich kann auch ganz viel bei ihm lassen. Ich kann verstehen, dass er Angst hat. Ich kann verstehen, dass er aus der Angst heraus vielleicht durch irgendwas angetriggert wurde oder heute schon fünf Leute für ihn herausfordernd waren und jetzt ist halt die sechste Situation und dann explodiert der. Komma aber. Und dann kommt der Selbstwert und die Selbstachtung ins Spiel. Bei allem Verständnis. Wenn dir einer permanent die Kotbeutel über deinen Gartenzaun in deinen Garten schmeißt, bei allem Verständnis ist es auch dein Job, Stopp zu sagen. Und der fünfte Tipp ist, lass deine Stärke wachsen. Hochsensibilität ist etwas so Wunderschönes. Da ist so viel drin. Sehe es nicht als Fluch, sondern befass dich mit den einzelnen Aspekten, zum Beispiel deiner Sinne oder auch deiner Hellsinne. Erkenne, welche Sinne, welche Hellsinne kann gleich, kann unterschiedlich sein. Sind bei dir stärker ausgeprägt? Möchtest du die anderen gleich hochziehen? Oder sagst du, nee, nee, ich nehme das gerne, dass ich zum Beispiel von den Sinnen gut höre, aber von den Hellsinnen hellfühlig bin? Auch gut. Bei mir ist es zum Beispiel so. Und es hat auch nichts damit zu tun, welchen Beruf du hast. Die wenigsten Menschen sind Heiler und Medien wie ich. Da geht es aber auch nicht drum, sondern es geht darum, wie du in dieser Welt mit dir dem Stress, den Herausforderungen und dem, was halt auf der Welt passiert, einfach besser klarkommst. Übrigens, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, also hiermit sind meine ganz persönlichen fünf Tipps abgeschlossen, die jetzt, glaube ich, mindestens neun waren, möchte ich dich noch einladen zum Hochsensibel-Kongress. Silvia Hake hat diesen wundervollen Kongress kreiert. Und ich habe die große Freude, von ihr interviewt worden zu sein. Ich bin einer von 31 Experten und an zehn Tagen kannst du 32 Interviews anschauen. Der Kongress beginnt am 4. November 2022 und geht dann zehn Tage bis zum 13. November 2022. Und natürlich kannst du dich kostenlos anmelden. Dann startet für dich der Kongress, da guck, da meldet sich gleich die geistige Welt, am 4. November und du bekommst jeden Tag für 24 Stunden die Videos kostenlos zum Anschauen zur Verfügung gestellt. Du kannst dir aber auch den Kongresszugang holen. Jetzt ist der Premium-Zugang noch bis zum 4.11. für dich anstatt für 199 für nur 59 Euro zu holen. Dann kannst du übrigens jetzt schon, Premium-Zugang heißt jetzt schon, alle Interviews anschauen. Also nicht nur bevor der offizielle Start ist, sondern darüber hinaus auch noch, ich sag mal, lebenslang. Und es gibt viele tolle Extras. Mein Extra zum Beispiel ist, dass ich aus meinem Buch Klarheit über Hochsensibilität, das sind 125 Impulse, sieben ausgewählt habe und die vorlese. Das ist immer schon mein Traum, aus meinem Buch vorzulesen oder eine Lesereise zu machen mit meinen Büchern. Und das ist zum Beispiel mein Extra. Der Link zu der Anmeldung, ob jetzt kostenlos oder dann, wenn du dort angemeldet bist, weiterführend für dich zum Premium-Zugang, findest du hier in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Erkenntnisse mit diesen Tipps, sowohl hier aus dem Podcast, als auch sobald, wie es für dich stimmig ist, im Hochsensibel-Kongress. Und du findest mich immer auf der Homepage manuelastarkmann.com Liebe deine Klarheit!